Liebe Studierende, willkommen zur ersten Videoübung des Semesters mit dem Thema Kirchhoffsche Regeln. Kirchhoffsche Regeln sind ein nützliches Instrument, um elektrische Schallkreise mathematisch zu beandern. In unserer Übung haben wir mit einem Schallkreis zu tun, wobei nur Widerstände vorhanden sind. Wir werden aber später sehen, dass die Kirchhoffsche Regeln völlig allgemein sind und lassen sich auch anwenden für elektrische Schallkreise, wobei neben Widerständen auch Kondensatoren und Spulen vorhanden sind. Bevor wir die Kirchhoffsche Regeln rekapitulieren und deren physikalische Bedeutung eventuell noch kurz andeuten, soll man versuchen, den Schallkreis womöglich zu vereinfachen, um dann später die mathematische Rechnung zu erleichtern. Das heißt, Ziel der Vereinfachung sollte sein, dass möglichst viele Widerstände des vorhandenen Schallkreises in einem einzelnen Widerstand sich zusammenfassen lassen. Und man kann vermuten, wenn man den Schallkreis anschaut, dass besonders diese Widerstände in diesem Bereich lassen sich in einem einzelnen Widerstand zusammenfassen. R1, R5, R6, R4. Schauen wir erstens, oder besser gesagt, fokussieren wir erstens unsere Aufmerksamkeit auf diese parallele Schaltung von zwei Widerständen, R5 und R6. Dies lässt sich in einem einzelnen Widerstand ersetzen. Wir können sagen, dass wir ersetzen beide parallel geschaltete Widerstände mit einem neuen Widerstand, nennen wir dies R-Paar. Und wir wissen aus der Vorlesung, dass bei einer parallele Schaltung von Widerstände die Inverse des totalen Widerstandes, das wäre in unserem Fall hier R-Paar, ist gleich der Summe der Inverse der einzelnen Widerstände. Das heißt hier 1 über R5 plus 1 über R6. Und dann, was übrig bleibt, ist eine Serieschaltung von drei Widerständen. R1, R-Paar und R4. Und bei einer Serieschaltung von Widerständen, der totale Widerstand ist gleich der Summe der einzelnen Widerstände. Dann können wir schreiben, dass der resultierende totale Widerstand, eigentlich mit dem wir den Bereich hier zusammenfassen, ist, wenn wir die gleiche Konvention wie in der Überlösung benutzen, nennen wir dies R7, ist dann gleich R1 plus R4 plus R-Paar. Und wenn wir unsere vorherige Überlegung explizit dann benutzen, haben wir R1 plus R4 plus R4 plus R4. R5 mal R6 gedeiht durch R5 plus R6. Wir haben somit eigentlich die Frage A des Problems bereits geantwortet und gelöst. Und ich habe schon hier ein Ersatzbild vorbereitet, wobei unsere Überlegungen bis jetzt zusammengefasst sind. Wir haben immer noch die zwei Widerstände, R2 und R3, aber jetzt alle diese Widerstände in diesem sogenannten grünen Bereich wurden in einem einzelnen Widerstand R7 zusammengefasst. Diese resultierende Masche, sagen wir so als Ersatzbild für den ursprünglichen elektrischen Schallkreis, ist dann mit zwei Batteriespannungen U1 und U2 angeschlossen. Und die Frage B des Problems ist eben verknüpft mit der Berechnung des Stroms, der eben durch den Widerstand R2 fließt. Allgemein gesagt kann man sagen, dass die Fragestellung B des Problems fragt nach der Stromverteilung in dieser Masche. Und um dies zu erreichen, können wir die Kirchhoffsche Regel anwenden. Erstens, bevor wir so weit gehen, eine kurze Wiederholung der Kirchhoffsche Regel. Es gibt zwei von solchen Regeln. Erstens die Knotenregel. Und die Knotenregel besagt, dass in einer Masche, also bei einem elektrischen Schallkreis, bei einem Knotenpunkt die Summe alle zufließende und abfließende Ströme gleich Null sein muss. In unserem spezifischen Beispiel hier können wir als Knotenpunkt den Punkt hier betrachten. Dies würde bedeuten, dass bei diesem Knotenpunkt die Summe alle zufließende und abfließende Ströme muss Null sein. Das heißt, was reinfließt bei diesem Knotenpunkt, muss auch rauskommen. Weil wenn nichts so wäre, das heißt, wenn die Knotenregel verletzt wurde, dann bedeutet das, bei diesem Knotenpunkt hat man eine Äufung von Ladungen, die in diesem Punkt stecken bleiben. Und das ist tatsächlich nicht erlaubt. Neben der Knotenregel gibt es auch die Maschenregel. Und diese Maschenregel besagt, dass bei einer Masche die Summe aller Batteriespannungen, die an dieser Masche angeschlossen sind, muss gleich sein der Summe aller Spannungsabfälle bei den jeweiligen Schaltelementen, aus denen mein elektrischen Schaltkreis besteht. Und jetzt wollen wir versuchen, diese Maschenregel konkret hier in dieser Situation zu benutzen. Erstens, wenn wir mit einem Schaltkreis zu tun haben, mit dieser Anordnung von Widerständen, können wir sofort mindestens qualitativ die Stromverteilung zeichnen. Wir erwarten, dass sobald diese Batteriespannungen gekoppelt sind, fließt durch den Widerstand R7 Strom I1, durch den Widerstand R3 fließt Strom I3 und durch den Widerstand R2 Strom I2. Wie gesagt, das ist eine qualitative Darstellung der Stromverteilung. Ich habe hier genau die gleiche Konvention wie in der Fragestellung benutzt. Ich muss aber betonen, dass die Richtung der Ströme, wie hier gezeichnet ist, völlig beliebig oder wirkürlich ist. Die tatsächliche, korrekte oder endgültige Richtung der technischen Ströme ist dann mit dem Vorzeichen der jeweiligen Ströme identifiziert, wie aus der Rechnung kommt. Was aber auch noch zu betonen ist, ist, dass unabhängig, wie ich die Stromverteilung und deren Richtung definieren, die drei Ströme sind nicht voneinander unabhängig. Das heißt, diese drei Ströme müssen die Kirchhoffsche Regel zum Beispiel erfüllen und wir können schon wieder unsere Aufmerksamkeit auf dem Knotenpunkt hier fokussieren. Nach der Knotenregel wissen wir, dass was reinfließt, nämlich I1 plus I3, muss gleich sein, was rausfließt, nämlich I2. Diese ist schon eine erste wichtige Gleichung, die wir dann weiter benutzen werden. Aber, wie gesagt, diese Ströme, die die Stromverteilung in diesem elektrischen Schallkreis beschreiben, sind sozusagen die Unbekannten des Problems. Die Frage B ist explizit nach I2, aber wir müssen schlussendlich alle drei Ströme berechnen. Und deswegen brauchen wir ein System mit drei Gleichungen in drei Unbekannten. Und die zwei anderen Gleichungen sind von der Maschenregel geliefert. Tatsächlich, wenn wir unsere Masche anschauen und wissen wir, dass wir mit beiden Batteriespannungen zu tun haben oder an diese Masche angeschlossen sind, können wir jetzt gezielt die Maschenregel benutzen. Zum Beispiel, wir können sagen, dass die Batteriespannung U2 muss gleich der Summe der Spannungsabfälle bei den Schaltelementen, die mit U2, also mit dieser Batteriespannung, angeschlossen sind. Das heisst, U2 ist gleich I3 mal R3 plus I2 mal R2. Selbstverständlich benutzt sie hier implizit oder sogar auch explizit das Ohmsche Gesetz URI. Das heisst, bei einem Widerstand, Spannungsabfall bei dem Widerstand, ist gleich dem Produkt zwischen Widerstand selber und Strom I, der eben durch den Widerstand fließt. Etwas Ähnliches kann ich jetzt machen mit der Batteriespannung U1. Muss gleich sein der Summe der Spannungsabfälle bei den elektrischen Schaltelementen, die mit dieser Batteriespannung gekoppelt sind. Das heisst, U1 ist gleich I1 mal R7 plus I2 mal R2. Und damit haben wir ein System in drei Gleichungen, drei Unbekannte, weil alle anderen Parameter des Problems sind tatsächlich bekannt. Also das sind die Batteriespannungen, die sind gegeben im Problem, sowie eben alle Widerstände unter 7, haben wir in der Fragestellung A berechnet. Jetzt, wie gesagt, wir sollen versuchen, mindestens I2 zu bestimmen. So, wir können aus beiden Gleichungen hier versuchen, eine Funktion zu finden für jeweils I1 und I3. So, zum Beispiel können wir jetzt aus dieser Gleichung hier können wir nach I1 lösen und die ist gleich dann U1 minus I2 mal R2 geteilt durch R7. Und aus dieser Gleichung können wir jetzt eine Funktion für I3 berechnen. Das ist dann U2 minus I2 mal R2 geteilt durch R3. Und jetzt sollen wir I1 und I3, so mathematisch dargestellt, in diese Gleichung aus der Knotenregel inzufügen oder einsetzen und daraus folgt dann eine explizite mathematische Darstellung für I2. Die akribische, aber einfache Rechnung überlasse ich Ihnen und Sie können Ihre mathematischen Schritte dann mit der Musterlösung vergleichen. Als Endergebnis für I2 erreicht man dann folgende Formel Gedeicht durch R3 mal R7 plus R2 mal R3 plus R2 mal R7. Und wir sehen, dass der Strom I2 in dieser Masche nur eine Funktion von bekannter Größe ist, die jeweilige Widerstände und die zwei Batteriespannungen. Zusätzlich gibt es eine Frage C, die ist aber eine numerische Frage. Das heißt, Sie sollen jetzt in dieser Form die numerischen Werte für die jeweilige Widerstände und Batteriespannung einsetzen. Und mit dem Taschenrechnen können Sie dann die Ströme I2 und auch sogar I1 und I3 berechnen und Ihre Ergebnisse mit der Musterlösung vergleichen. Ich glaube, das war eine ganz interessante, eventuell auch vereinfache Übung, um sich mit den Kirchhoffschen Regeln auseinanderzusetzen. Und wir haben hier in dieser konkreten Situation festgestellt, dass Kirchhoffsche Regeln ein nützliches Instrument sind, um eben mathematisch elektrische Schallkreise zu behandeln. In diesem ersten Beispiel hatten wir nur mit Widerständen zu tun, wie bereits erwähnt, werden wir später diese Kirchhoffschen Regel auch für allgemeine elektrische Schallkreise benutzen, wobei neben Widerständen auch Kondensatoren oder Spulen vorhanden sind. Es ist vielleicht aber wichtig, noch einmal zu betonen, dass bevor man die Rechnungen durchführt, muss man immer versuchen, elektrische Schallkreise zu vereinfachen und womöglich möglichst viele Widerstände in einem einzelnen Widerstand zusammenzufassen. Das ist, was wir eigentlich bei der ersten Frage A durchgeführt hatten. Ich freue mich sehr auf die nächsten Videoübungen mit Ihnen.